Was glaubt meine lieben Freunde? Jetzt werden wir wieder mal ein Video drehen beim Bahnübergang in Se Zivil. Ich habe euch ja gezeigt, ich habe viele Shorts hochgeladen, also mein Kurzvideos. Und ja, jetzt sind wir hier wieder beim altmodischen Bahnübergang in Se Zivil. Und natürlich bevor ihr das Video zu Ende schaut, liked doch und lasst ein Abo da. Vielen Dank. Und übrigens, ich habe schon in den letzten paar Videos darüber erklärt, dass dieses Gewicht beschädigt ist. Und da, diese Schranke, die ist alt oder sie ist fettig. Und dieses Rad hier, das ist das, könnte man kurbeln, falls die Schranke kaputt ist. Und ja, ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg. Und übrigens, schreibt doch mal in die Kommentare, bitte, dass, was ich mal machen soll oder über was, dass ich mal ein Video drehen soll. Das wäre sehr nett. Also, hit jetzt gerade auf die Kommentare und schreibt das hinein. Vielen Dank. Und ich werde dann übrigens noch ein anderes Video machen, über die Erklärung von diesem Bahnübergang, die einzelnen Stücke und so. Und ja, viel Erfolg jetzt. 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 Vielen Dank, meine Freunde, dass ihr dieses Video mitverfolgt und angeschaut habt. Ich hoffe, ihr habt jetzt etwas in den Kommentaren geschrieben und auch geliked und ein Abo da gelassen. Also, ausser als die, die die Frauen abonniert haben. Also, tschüss.